Hallo, mein Name ist Daniel von Daniels American Corner in der Aschaffenburger Innenstadt. Ich wollte mich bei euch bedanken für die Unterstützung während der Corona-Zeit und freue mich über jeden, der in der Vorweihnachtszeit noch zum Einkaufen kommt, die letzten Türchen des Adventskalenders füllt. Kommt gerne vorbei und holt euch die amerikanischen Leckereien bei mir. Dankeschön. Aschaffenburg steht zusammen. Eine Initiative des Stadtmarketings Aschaffenburg. Radio Primavera und der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Gemeinsam da durch.